Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Peter von der Goldschmiede Hablitzel in Interlaken. In den folgenden beiden Videos zeige ich euch, wie ich mit diesen Brillanten einen Verlobungsring, einen klassischen Solitaire von Hand anfertige. Im ersten Teil entsteht die gefeilte Krabbenfassung. Ich wünsche euch viel Spass dabei, packen wir es an! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und so sieht die fertige Krabbenfassung aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt doch auf den Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Peter Hablitzel.